Unerträglich schwer lastet mein Ich auf sich selbst, im Bedürfnis etwas tragen zu müssen, von dem ich gar nicht weiß, was es ist. Was ist mein Leben, wer will das wissen, wer ich bin, will ich wissen, wer ich bin, will ich wirklich ohne Antwort dastehen, oder gebe ich mich zufrieden mit einer läppischen Hören, sagen, Antwort, wie, was, wer ist das alles, was das ist? Ist hier nur das, was vor dem Immer und dem Nimmer schon nicht nicht sein kann oder braucht? Oh, mein Leben ist so bedeutungsvoll, bedeutungslos, so relevant, irrelevant. Ich bin derselbe, nicht der gleiche, ich bin nicht der gleiche, und doch ist da nur das Selbst, das kein Selbst kennt, nicht mal mich. So binde dein Kamel fest, denn das Selbst kennt weder dich, noch dein Kamel, und hast du kein Mehl, brauchst du wohl keins. Ho, 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 wer war wies, wuss, warum sie bis, Bariski, Brustki, bis, Karisk.